Und hier war Freispiele, ein Euro Einsatz. Ein K macht er uns auf. A, äh, das war Freipon. Eherter war Freipon genial. Und das letzte Beispiel Nummer 3. Und eine Runde Ramses Book. Drei. 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 Und Freispiel Nummer 10, kein Vollbild, bleibt bei 74 Euro. Und hier mal 10 Freispiele, los geht's. Schipanova Kofta. Jawohl. Schipanova Kofta. Schipanova Kofta. Schipanova Kofta. Schipanova Kofta. Das war's für heute. Mensch, los, streng dich an hier! Bei der Kirsche klingelt er. Sehr schlecht bezahlt. Dann wollen wir noch mal schauen, ob es hier schönes gibt. Und dann wollen wir noch mal schauen. Ich bin ein bisschen nach links. Und hier haben wir eine Runde. Für die Spiele 80 Cent. 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 Untertitelung. BR 2018 Sehr schön. So kann weitergehen. Da waren es schon 45. So kann ich... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und letztes Beispiel, 170 und 40 Cent Und hier gibt es mal eine Wunde, 2 Euro Einsatz, los geht's und hier gibt es eine Wunde, 2 Euro Einsatz, los geht's keine Verlängerung und die Nummer 10 Na ja, zarte 83 Und heute gehen wir uns mal hier wieder eine Wunde Los geht's und hier sind wir uns mal hier Oh, das wird anständig, das wollen wir mal sehen und hier sind wir untertitelt und hier sind wir schonmal eine Wunde, 2 Euro Hietet sich ja an. Ah, wieder daneben. Ah, die Kiste scheint ja auch hier Bock zu haben. Auch nicht. Und einmal Spielwechsel. Und hier mal ein Ründchen. Und hier mal ein Ründchen. Und Nummer 5 Schade, das ist nicht der große Wurf Und hier mal ein Ründchen, 2 Euro, mal gucken Und hier mal ein Ründchen, 3 Euro, mal gucken Und hier mal ein Ründchen, 3 Euro, mal gucken 3, 40, jetzt machen wir mal einen Schnelldurchlauf Gucken, was da aus die 100 Flocken macht hier Haha, das geht wirklich wie eine Stur Die Karte kannst du ja voll knicken Und hier ist der Karte Und hier ist der Karte Die Karte ist ein Schnelldurch, das ist eine Schnelldurchlauf Und hier ist der Karte Das geht runter wie Öl, da gibt es da ja nicht. Wenn ich die vernünftig hinschieben würde mal, da gibt es noch ein paar Zitalonen. 80, können wir als Spieler noch ein bisschen treiben. Jawoll, 140, sehr schön. Fehl damit. So, dann gehen wir doch mal eine Runde angeln hier. Oh, schon mal eine Anfassung. Oh, die dicken jetzt auch anziehen können. Na. Werden wir mal kleiner. Oh, Schwerdinger. Schön. Ah. Der Zahnschwung. Das ist so richtig. Oh, das ist ein schöner Haufen. Dann haben wir mal nicht meckern da. Das sieht man aus. Das ist mal die 7. Ah, schade, geht damit bei. Mann, oh. Gibt es da nicht. Mann, was soll ich ein Glück holen? Na, was denn da? Mann, was soll ich das? Mann, was soll ich das?